Auch der zweite Tag des Southside Festival 2019 ist fast vorbei. Wir hatten einen super Tag, wir hatten sehr interessante Interviews mit tollen Künstlern. Wettertechnisch, naja, meine Schuhe schauen mittlerweile aus wie Sau, aber auch das haben wir überstanden. Das Wetter hat sich mittlerweile einigermaßen eingekriegt, die Sonne ist auch fast wieder da. Auch morgen, sagt der Wetterbericht, wird es gut werden, zumindest soll es nicht mehr regnen oder nicht mehr stark. Wir sind gespannt, freuen uns auf morgen, gute Zeit, gute Nacht und bis bald! ARD Text im Auftrag von Funk